der stein papier ja du hast geschummelt mit dem sie mit diesem sieg sage ich ja ein willkommen bei namens an die europä ich bin mit mario master und wir begrüßen uns zurück zu posten weil ja immer noch in der in der fünften und letzten testkammer mal mit bewegungsgelen was sehr komisch ist auch bewegung aber wir sind bei test 4 vielleicht ist bewegungsgelee und da kommt schon wieder raus was auch ein blut abo die warte war ja wie fühlt sich das an ungefähr so fühlt sich daran genau verteilt überall die blaue kritze ja ich verteile blaue kritze weißt du warum ich sie verteilt weil sie blau ist ja noch ein bisschen hier hin hier noch ein bisschen so jetzt hier noch ein bisschen kann ja nicht genug davon haben das kann ich lieber reingucken nein doch okay gehen müssen wir ja war jumping machen ich glaube nicht dass wir wandsprünge machen können wir haben dieses gelee oder können wir es doch naja würde ich sagen ich habe eine idee macht es jetzt mal dann portal hin und dann dort wo ich gerade eingesprungen bin sieht sehr merkwürdig aus also ich bin oben jetzt muss noch ich gehe rein dann kannst du hier so dort das gelbe portal hinsetzen da kommt rein pflegen machen wir wirklich ein auf mario wenn ich schon wieder eine brücke ich hasse sie also der ausgang ist über uns okay hier ist ein schalter knopf nein ist die grütze wo ist die grütze ich habe sie nicht gesehen da ist sie was du da anstellen kann ich kann nicht abschließt müssen diese menschen sterben wollt ihr das in euren speichern haben willst du es in deinem speicher haben ich kann jedoch gar nicht dafür müssen doch schon wieder diese grütze überall verteilen kannst du da nichts machen auf der seite doch ich kann was machen machen aber ich muss ich muss noch ein zweites portal hinsetzen können aber ich kann doch hier okay lassen dass man die grütze oder okay mal sehen ob das funktioniert man sprung naja warte mal jetzt muss ich dich irgendwie rüber bringen aber ich kann ich kann nichts tun wenn du dadurch gestern verschwinden die portale darum sind ein paar sachen noch und dann machen ich kann nichts mehr tun heute mal kannst du mir geht nicht warte mal wie komme ich denn da wird ja nichts bringen nicht wirklich oh gott ich steigert auf einmal runtergegangen ja okay obwohl eigentlich musstest du so da hoch kommen ne bin ich ja gerade ich habe voll und ich bin auch voll runter gut jetzt geht es nicht durch jetzt hängt es oder nichts machen kannst irgendwo ich kann nichts tun kannst du kurz nicht da irgendwie noch verteilen oder so schließt mal ab da irgendwo noch verteilen muss ja brauchen hat vielleicht kann ich doch was tun naja jetzt habe ich bei mir auf der seite ja ich war überall noch ein portal setzen so da da doch mit die grütze da verteile ich weiß ich weiß ich weiß und zwar hatte ja jetzt schießt mal da ja genau hatte jetzt muss ich da verwandt sprung rüber kommen nämlich ich denke schon versuch mal ja auf die wand verfehlt oh my god das warst du großartig was habe ich gesagt hier so großartig was du hast sie machen das großartig ok perfekt die menschen für diese rettung ein denkmal errichten werden keine sorge sollten sie jemanden heroischen rettungsakt dokumentieren werde ich dafür sorgen dass euren namen in den fußnoten erscheinen geil wir sind euch die helden sind wir das okay für die rettung mir zufallen wird glaubt nicht dass ihr ausgehen werdet ihr habt euch hier haben wir geschaffen wie ein leben lang halten werden der orange kürzer ok der verleiht uns ein geschwindigkeitsschub hat hast du es gesehen es ist wieder wieder so wir müssen den schleim verteilen machen wir mal ein bisschen dahin ja dann doch hier ein bisschen hier hin und dann reicht das nicht einer kam ja nur darüber also ich verstehe jemand muss muss den block abfangen da kommt der herunter ach so hier ist da eine bitte mach du bist der bessere als ich das ist cool aber schon ja 321 groß ich habe das war mir gefallen klang 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 schon fertig ich bin es für ihn los da sehe ich schon wieder kurz da haben wir spaß drin das ist wieder orange oh nein ich sehe schon durch diesen irgendwie ja und wir brauchen einen würfel wir müssen die grütze auch hier irgendwie verteilen wir machen der ersten würfel dingen dann müssen wir für 10 wir müssen wir auch wieder da hochkommen nur die frage ist wie ich mag es mal testen also konnte ich habe zeit kurz hier rein jetzt schau dir das ja an du kriegst sie ich glaube 321 sehr gut erwartet jetzt muss ich das ja auch machen ja auch von anderen seiten ja warte moment da muss ich dabei erst mal hier schleim hinpacken andere seite andersrum da war auch die falsche seite man muss auch sagen das ist ziemlich cool ja das spaßige teste gefällt mir moment ich hoffe ich glaube richtig ja packte ein bisschen gelegen ja am anfang ist noch ein bisschen wenig das wollte ich gar nicht ich habe mich verklickt nochmal okay ja also gut aus ich denke mal noch mal drauf okay da haben wir unsere würfel werbein würfel freigeschaltet wir endlich monopoli spielen aber mal zwei ich wollte eigentlich herumalban da als ich da gesehen habe ja dann habe ich dich da durch geschossen das war einfach die lösung naja ich wollte eigentlich selbst meinen spaß haben schon einmal menschen gesehen sie sind genau wie man es sich vorstellt übel riechend widerlich anstrengend manchmal möchten sie einen auch umbringen aber sie sind tolle test subjekte okay wir haben hier wieder orange eine grütze ich kann irgendwie ein würfel erschaffen so kannst du würfel erschaffen da und wir für dann raus dann haben wir für jetzt haben wir für und jetzt werde ich jetzt mal überall alles mit schleim verteilen ich bin mir portlo oder machen wir es betonen ja ja ne orange blau sind wir ja auch fahren uns betrifft ich habe heute auf den deutschen knapp gedrückt gott vorsicht ich rutsch gleich vor sie trotz gefahr sehe das an ja ist wie eine laberampe schön ich habe eine laberlampe erschaffen ich will auch schildern ich will auch da rein es ist ganz schön anzusehen jetzt wäre die lösung des rätes ich nehme an wir müssen einfach so rüber springen moment mal gott gott mal ich habe nie das war ganz kurz darüber so mit laut sind geschützt ist ich gerade wissen wir jetzt ja und ich muss dann darüber stehen wir zu dem ding nämlich an vielleicht aber ich glaube dass du den würfel brauchst warte ich schicke ihn dir zu dir da der würfel bringt ja nichts hier ist ja so ein ist ja so ein wir brauchen ja diesen würfel wir müssen den laser reflektieren ja aber ich kann ich komme ja nicht hier durch mit dem ding ist ja so ein schick und schild ja da kommst du nicht durch warte mal ich nehme an du musst da ein portal hinpacken weil ich springe rüber ich land dann da und dann muss ich irgendwo raus kommen vielleicht dann vielleicht machen wir da noch mal da noch eins kommst du dahin wohin dahin nein ja ich habe festgestellt da sind zu viele geschützt also erst mal hol ich den mann würfel ich bin nämlich ziemlich sicher dass wir den den laser einsetzen müssen damit wir die geschütztürme da platt machen können gott warte mal ich habe eine idee ich habe eine sehr gute idee ja raus erstmal so warte moment das geht gar nicht ich glaube dass der würfel kaputt geht wenn man darüber springt ja weil da so ein tor ist kann ich den würfel da soll man da irgendwie dann hoch springen dann mit dem laser die geschütze kaputt hauen oder was wir sollen das gehen ja irgendwie müssen den würfel ich glaube ich hab's also erstmal musst du müssen wir den würfel erzeugen erstmal musst du dort wo der würfel ist ja ist das rote portal setzen dann fliegt er nämlich dahin wo dein gelbes essen sei immer hin und her wir müssen irgendwie zusehen dass der auf der auf dieser seite da bleibt ja ok und weg so meinst du ja eigentlich so sollte er halt nur da liegen bleiben dann kann ich ihn nehmen nehme ich dann muss man nicht die schwer in die hoch in die hoch schicken dann kannst du nämlich dann im flug den lesern den würfel nehmen und dann mit dem laser die beiden geschütztürme ausschalten das klappt muss ich auf volle reflekte hat ich mache ich bin mir sicher dass du das schaffst wo sind jetzt der würfel ja das ist jetzt gar nicht gespawnt du musst die portal aber platzieren ja ich erst was setze ich dir hier und dort ein zünder mit darüber kommst aus darüber mit hier jetzt wird der würfel ist jetzt hinter dir hat der schmacht schick jetzt aber ich kann ja nicht durch mit dem würfel wer kaputt geht ja der muss da du mal dem würfel dem würfel irgendwie her entpacken aber ob das funktioniert ah ja jetzt ist er da drüben und da eins machen dann komme ich da raus ja aber du musst jetzt aber ich muss jetzt gleichzeit halte ich dafür sorgen dass du da rein fliegt und da hochkommt und dann muss ich auch noch total da hinsetzen oh man das ist schwer komme ich überhaupt so hoch ja ich glaube ich kann mir aber nicht vorstellbar zu machen muss weil dann muss ich ein windes eile versuchen irgendwie die dinge abzuschließen obwohl wenn ich auf der ganze zeit springe dann muss ja auch mal wenn du jetzt da durch springst dann kannst du dir den würfel da schnappen da habe ich nämlich das total eingesetzt der würfel ist dann noch wieso bin ich na okay aber aber der ansatz der waschung in der gewissen art und weise du musst ein portal dann entfernen wenn ich da raus gesprungen komme ja ich werde entfernen müssen ja weil ich springe ja die ganze zeit wegen dem eine ernähren das ja die blaue kürze okay so okay hier ist es nein da müssen wir im würfel irgendwie dahin schießen aber die kommen nicht an die dinge an die geschütze der gleiche darf sie nicht mit mir machen ok ja wenn ich dann da raus geschossen kommen dann dann packst du dahin dann packst du dahin ja dann tue ich die ganze zeit da hin und her springen genau jetzt richtig ok ja warum das funktioniert ich kriegte nie beim ersten mal das funktioniert sogar echt jetzt nicht gedacht alle tot ja ich was nicht funktioniert hat ich bin so klug wasser schritt der explosion knarzt nach holz luke öffnet sich das sollte lustig sein ich hätte nie gedacht dass das funktioniert es wird gedacht ich fand ein bisschen zu abfragt irgendwie wenn man sagt dass sie sich auf richtig skurrilsten ideen habe jetzt will ich aber auch mal machen ja und dann geht durch also besser ich bin gestorben ja zeuge schnell ja ich weiß was ich jetzt schon durch kann es mich zurück holen ja jetzt ok ich war da ausdruck warte wo ist ja jetzt ganze so und jetzt glaube ich genau andersrum musst du die platzieren ok ready das funktioniert ich muss sagen das war ein cooler test also ich muss sagen das mit dem wind war ziemlich cool aber da hat dieses gel hier ist noch viel besser also das macht gern aber wir sind leider schon wieder am ende unserer wissenschaftlichen übungen ja aber wenn die letzten beiden level sind dann könnte man beim nächsten mal schon erledigt haben dann würde ich sagen dann wird der nächste part glaube ich das finale weil sie danach schon fertig ist keine ahnung ja ich denke mal dass wir die challenge korbteile nicht machen werden nur nicht denn vielleicht irgendwann mal in so einem zusätzlichen let's play ich weiß nicht ja nicht können wir ja mal machen naja aber fürs jetzt machen wir erstmal ein schluss haben wir meinen dreifel an schluss und sagt wir sind bereit ja damit sind ein schluss